so freunde da sind wir herzlich willkommen zur 271 folge der honigfarbe bei mir heute als gast der wunderbare booster bratwurst wo habe ich den applaus da ist dann alle zuschauer dann alle die das im nachhinein sich reinziehen werden freut mich dass ich hier sein darf okay ich habe eine interessante meldung hier diese woche mitbekommen faser und die spd planen gesetzliche migrantenquote bei richtern und behörden alhamdulillah alt wird mir auch beim richteramt nicht mehr nach qualifikation entschieden sondern nach herkunft und dann gibt es dann hoffentlich bundespunkte dafür wenn derjenige aus einer möglichst rückständigen gesellschaft kommt hast du gesehen als damals die anna in irgendeiner talkshow die anna schneider hier von von der welt in einer talkshow saß und sagt dass sie migrationshintergrund habe dass die ist ja in österreich geboren und aufgewachsen da sagte sie ganz frech so ich habe doch auch migrationshintergrund was ist mit der was hat die für eine österreicherin in österreich geboren naja die ist eine österreicherin die lebt jetzt in deutschland ja glaube in berlin arbeitet für die welt und hat hat in dieser talkshow öffentlich rechtliche gesagt ich habe auch migrationshintergrund und die wurde ausgelacht als sie das sagte aber wenn ihr aus österreich kommt dann stimmt das doch richtig aber meine genau darum geht es ja nicht es geht grundsätzlich nicht um einen allgemeinen migrationshintergrund die die eigenen wähler würden faser verjagen wenn da am ende raus käme dass vor allem österreicher polen russen dänen meinetwegen vietnamesen diese posten zugesprochen bekommen haben syre und afghanen wollen faser und co unter den aufsteigern sehen ja eine fairer an der mann richtig gut kaspar das wird richtig gut wenn dann hier das gericht von einem imam übernommen wird ja das wird geil oh was gab es denn hier eine eine gruppen und dann fragt er ja im islam ist es ja so dass ein dass eine stimme von einer frau vor gericht nur halb so viel zählt wie vom mann und dann sind da drei männer und eine frau und dann hast du drei stimmen gegen eine halbe da ist alles gut hoffen wir es dass soweit kommt ja ein parade beispiel für für jemanden die man befördern müsste wäre eine fair attermann die sich selbst als kartoffel expertin bezeichnet oder hier ihre damalige kolumne im spiegel politisch korrekter knollendiskurs almanis oder wie nennen wir kartoffeln wie bezeichnet man eigentlich deutsche ohne migrationshintergrund und warum reagieren ureinheimische so empfindlich wenn sie kartoffel genannt werden die frau wäre direkt für den vorsitz des bundesverfassungsgerichts geeignet wenn es nach einer nancy faser ginge ja und du hältst schön dein maul und zahlsteuer mein lieber ich möchte hier an der stelle bezug auf die migrantenquote noch mal kurz unser grundgesetz zitieren artikel 3 absatz 3 niemand darf wegen seines geschlechtes seiner abstammung seiner rasse seiner sprache seiner heimat und herkunft seines glaubens seiner religiösen oder politischen anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden aber nancy faser macht möglich und ich habe den letzten artikel für den heutigen tag habe kerkeling zerlegt die afd willst du wissen wie er argumentativ denn shapiro würde sagen mit facts and logic die afd zerlegt hat es gibt da viele ansätze also ja wenn ich jetzt alle aufzählen würde die ich im kopf habe dann dann werden wir heute nicht fertig also bitte ja ich gebe dir mal die überschrift ja habe kerkeling zerlegt die afd welcher idiot ist mitglied in so einer partei ja ich weiß es fängt schon wirklich gut an aber warte ab du wirst nicht enttäuscht er kann nicht verstehen wieso immer alle zitat so wahnsinnig vorsichtig sein wenn es um ein afd verbot geht es liege doch in der natur der sache dass man vorher nicht wissen wie ein gerichtsverfahren ausgeht das sei bei jedem prozess so meint kerkeling er es versuchen würde das problem ist lieber herr kerkeling dass man den mythos die sind so schlimm die gehören verboten aufrechterhalten will man will immer wieder damit kokettieren dass man die jetzt verbieten will oder müsse oder so weil man so den weder beeinflussen kann wenn jetzt ein gericht entscheidet dass so ein verbot überhaupt nichts zu machen wäre dann wäre eine der argumentativen waffen in die afd stumpf und weil das ist es abgesehen von selten dämlichen hoch subjektiven aussagen wie welcher idiot ist mit die so einer partei halt nicht viel zu holen ist bei der konkurrenz muss man sich an alles klammern was man hat ja und was man aktuell hat ist die müssen wir verbieten weil die so gefährlich sind wenn ich immer höre die afd ist in teilen rechtsradikal was heißt denn in teilen rechtsradikal das klingt für mich so als hätte sich das der verteidiger der afd ausgedacht wenn ich ein glas wasser habe und ein bisschen kroakenwasser rein tue dann ist das ganze glas ungenießbar das kann ich wegschütten und ich frage mich welcher idiot ist mitglied einer partei die teilweise rechtsradikal ist das kann kein wirklicher demokrat sein das kann mir niemand erzählen ich mochte habe kärgeling mal richtig gerne ja ich auch ich auch es ist so traurig es ist so traurig wenn man dann irgendwann feststellt dass diese leute leute halt der letzte npc normie sind die man sich vorstellen kann es ist richtig traurig ich glaube der junge muss mal eine frische luft aber am besten am hauptbahnhof irgendwo ja wäre wahrscheinlich gut ansatz also der lebt offensichtlich in einem anderen deutschland als ich wenn der überhaupt noch in deutschland das weiß ich ja gar nicht kennst du sein buch in der seite meere geschrieben aber ich habe ganz gelesen also eins von ihm heißt der junge muss an die frische luft ah ok darum ist er auf taube ohren gestoßen muss das tut mir sehr leid kein ding gut also in teilen rechtsradikal er hat das ist halt mal wieder eine inhaltslose worthülse die afd ist rechtsradikal weil er weisungsgebundene verfassungsschutz sagt hat die begründung ist im wesentlichen dass die afd neben der staatsbürgerschaft das hat man vorhin schon eine volkszugehörigkeit als gegeben annimmt exakt so wie unser grundgesetz im artikel 116 absatz 1 ich zitiere deutscher im sinne dieses grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher regelung wer die deutsche staatsangehörigkeit besitzt oder als flüchtling oder vertriebener deutscher volkszugehörigkeit oder als dessen ehegatte oder abkömmling in dem gebiete des deutschen reiches nach dem stande vom 31 dezember 1937 aufnahme gefunden hat wir alle kommen aus allen regionen außerhalb von deutschland wir alle haben rüber gemacht wenn man so will unsere vorfahren stammen aus skandinavien aus dem balkan aus russland aus italien wir alle kaspar als nächstes erzählt er uns auch noch dass wir auch noch ausländisches essen essen wie zum beispiel pizza aus italien oder sowas ja ich nehme es auch vorweg nicht nur sich vorweg ich nehme sich vorweg okay noch erst mal darauf eingehen wir alle also bei den wenigsten ist das der fall wenn ich jetzt nicht 2000 jahre zurückgehe oder so hat die meisten deutschen hatten schon deutsche großeltern und großeltern ich persönlich bin in den 90ern aufgewachsen da gab es deutsche deutschen vorfahren türken mit türkischen vorfahren und ganz ganz wenige araber mit arabischen vorfahren ja mein dna test hat wie zu erwarten war ergeben dass ein guter teil meiner familie aus dem heutigen polen und aus der heutigen ukraine stammt das waren aber damals schon deutsche im sinne jeder definition die hatten deutsche namen die haben zwar so deutsch gesprochen aber selbst wenn hier leute mit vorfahren aus skandinavien neben dem balkan russland und italien leben wieso muss ich es dann gutheißen dass wir millionen von menschen aus nah ost und afrika ansiedeln das wird er dir niemals sagen das würde mich du nicht sagen er würde das zum ersten mal hören wäre komplett überfordert übrigens jetzt nämlich vorweg das war es das war der artikel von der westen wie harpe kerkeling diese woche die afd zergelegt hat ja und man merkt einfach dass dieser mann zu den leuten gehört die nicht die geringste ahnung haben wie die gegenseite argumentiert was die gegenseite eigentlich will ich schwöre ich dachte wir sind noch in der einleitung sie sind rechtsradikal weil sie rechtsradikal sind oder weil das halt so ist weißt du auch warum sie rechtsradikal sind alle ausländer und als ausländer gilt im bunde jeder der kein afd mitglied ist das das ist glaube ich in etwa zusammengefasst harpe kerkeling über die afd ist immer dieser logik kurzschluss die afd ist rechtsextrem weil die leute darin rechtsextrem sind und die leute sind darin rechtsextrem weil sie mitglied in der afd sind ja die ja rechtsextrem ist genau so sieht es aus alles davon dann sind wir durch wo sie hat sehr viel spaß gemacht ich danke dir vielmals liebe zuschauer sehr viel spaß gemacht ich danke euch hiermals hast du noch letzte worte die sprechen möchtest ja gerne viel vielen dank ja hat spaß gemacht vielen dank gott segne euch gott segne dich busty bis zum nächsten mal alhamdulillah macht's gut